Gucken wir erstmal hier rechts lang, weil hier ist nun wieder ein Strand. Da ist er! Schockierend! Hm, hohe Genauigkeit oder hohe Stärke? Hey, ich muss etwas an dir ausprobieren. Ehrlich? Es kommt drauf an, wie hoch die Genauigkeit bei der großen Stärke ist. Porygon! Oh Gott, dieses Pokémon, ne? Useless! Von... Toll, X-Abwehr. Vergegenstoß musst du trotzdem eigentlich effektiv sein. Oder? Ist das nicht gründlich? Ist das nicht Psycho? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ist das nicht Psycho? Das Pokémon? Oder bin ich jetzt Psycho? Ey, sowas ist uncool. Oh Mann, ey, nur Weicheier heilen sich. Ganz ehrlich. Hallo. Boah, ich hasse das. Die Dinger müssen raus aus den Pokémon. Diese scheiß Heilungsteile, das nervt. Oder es muss ein... Es geht daneben gehen oder was weiß ich. Aber wenn er das jetzt permanent macht, kriege ich einen Griffel hier. Ich kriege einen Griffel dabei. Ich kriege... Ich kriege da wirklich einen Griffel bei. Wenn er jetzt permanent nur seinen Scheiß Heilungsding macht, dann wird es nämlich langwierig und extrem anstrengend nervig. Ich habe keine Ahnung, was dieses Pokémon von mir will überhaupt. Da habe ich keine Geduld zu. Da habe ich absolut keine Geduld zu. Echt nicht. Das tut mir echt leid. Aber bei sowas habe ich keine Geduld. Ich werde bescheuert hier. Vor allem die gegnerischen Pokémon haben nie AP. Sprich, der kann jetzt permanent das einsetzen. Permanent. Ununterbrochen. Es gibt nichts, dass er das jetzt nicht mehr einsetzen kann. Er setzt es permanent ein. Kann ich liefen? Muss ich den Nintendo neu starten? Ich kriege einen Vogel davon, wenn er sich einfach nur ununterbrochen mit seinem Genesungsding genesisiert. Lass mich doch bitte hier auch das Spiel spielen. Das kann ich überhaupt nicht haben. Da muss ich sagen, da kriege ich einen Vogel bei. Da kriege ich einen Vogel bei. Ich kann so nicht arbeiten. Ich nicht. Wir sitzen 10 Minuten an. Ein scheiß Porygon. Weil es halt einfach permanent nur Genesung macht. Die Leute, die dieses Spiel entwickelt haben, haben darüber nachgedacht? Oder eher weniger? Ich habe gleich keine... Mein Pokémon besitzt gleich keine Fähigkeiten mehr. Das muss man sich auch erstmal geben. Weil es halt permanent nur das macht. Wenn er jetzt noch einmal Genesung macht, beende ich das hier wirklich. Dann habe ich nämlich keinen Bock mehr. Ohne Scheiß. Ich... Ich habe dann keinen Bock mehr. Genesung hat eine KP von 10. Oder sowas. Bitte lass die Gegner auch KP haben. Alter. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Hängst 10 Minuten an dieses scheiß Pokémon fest. Weil es die ganze Zeit Genesung macht. Was bist du denn für ein Fehler? Das ist doch nicht normal. Da sieht man, dass die Entwickler gar nicht nachgedacht haben. Gar nicht. Überhaupt nicht nachgedacht. Da siehst du das richtig. Wie sieht das denn aus? Danke, danke, danke. Alter Finne, ey. Wie kann man nur so ein Problem Pokémon reinmachen? Du kannst... Oh. Oh. Ich kriege einen Vogel davon. Oh. Oh. Aber gerade ist richtig... Ah. Aber gerade ist richtig so... So wirklich angepisst. Weil... 10 Minuten gegen diesen Typen kämpfen muss. Weil die seinen Pokémon ja unbedingt permanent Genesung machen muss. Das ist wichtig. Ob es Sinn er gibt, ist ja egal. Es ist wichtig. Das ist ja gar nicht effektiv. Wie komme ich darauf, dass... Das ist ein Stahl-Pokémon. Wie komme ich darauf, dass es effektiv ist? Haben wir nicht Fokusband? Haben wir nicht Fokusband? Funktioniert das nur, wenn... Wenn er... One-Shotted? Funktioniert das nur, wenn ich... Äh... One-Shotten mache? Ich bin jetzt ein bisschen... Weil ich dachte jetzt mit Fokusband und sowas. Nein, das wird glaube ich nicht sehr viel... Damage machen, aber gut. Naja, gut. Es geht. Mehr als glaube ich alles andere. Meine Pokémon sterben hier wieder an einem Magneton. Ich kriege einen absoluten... Dröffel. Okay. Immer wieder ein bisschen runterkommen. Dieses... Dieses Genesungsscheiß-Ding hat mich halt wieder so gestresst. Bin ich ganz ehrlich. Das hat halt wieder übelst gestresst. Kann irgendein Pokémon von meinen schwachsinnigen Pokémon überleben, oder was? Oh, ich hab schon wieder die besten Pokémon hier in dem Team. Das sind die Besten. Ganze Team löschen und neu machen, ey. Ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, ob Schaufler funktioniert. Oder ob der Schweben drinne hat. Kann ich gar nicht genau sagen. Das ist die einzige Fähigkeit, gegen die wir... Also, das muss ich wirklich sagen. Gegen Elektro-Pokémon haben wir nichts. Haben wir nichts in der Hand. Naja, wenigstens trifft es. Weil kann ja auch Schweben drinne haben. Dann trifft nämlich auch keine Bodenattacke. Dagegen Elektro-Pokémon haben wir echt nichts in der Hand. Das ist mir schon mal aufgefallen. Das ist mir schon bei dem Z-Stein da. Das Ding hat 10 Minuten... Ich kann beinahe eine Folge machen, dass wir nur den da angreifen. Und 80% der Folge sind, wie... Wie sein Scheiß-Pokémon-Genesung einsetzt. Oh. Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt schon wieder völlig raus. Ich will jetzt natürlich so eine Aufnahmepause machen, weil ich so gestresst bin schon wieder. Weil es halt echt nervig ist, dass dieses Pokémon permanent Genesum macht. Weiß ich nicht, was das soll. Warum man sowas reinbringt in das Spiel. So. Allen Pokémon geht es wieder gut. Okay. Bebop, nach vorne mit dir. Nix Angriff. Okay, wir haben jetzt mehrere Optionen. Und guck mal, was der sagt. Mit der Attacke Drachenroute kannst du deinen Gegner vom Feld fiegen. Besiege alle Gegner auf Route 12. Wasser. Sieht aus wie ein Wassertrainer oder sowas. Keine Ahnung. Auch wenn ich nicht gut im Surfen bin, habe ich immer noch Pokémon-Kämpfe. Irgendwas mit Pokémon kämpfen. Du hast auch ein Auge verloren. Oh, macht nix. Oh, dein Auge ist wieder da. Macht nix. Ja, Bebop ist jetzt ja auch nicht wieder. Ach komm, Z-Attacke. Turbospiral-Ding. Pumpt sich auf. Ist ja leider ein Psycho-Pokémon, das, äh, Remorite. Ist, glaube ich, Psycho-Wasser mit drin. Deswegen können wir Psycho-Attacke nicht machen. Deswegen müssen wir leider so rangehen. Ist auch nicht sehr, hä? Naja, gut. Ich mach's jetzt Gyro-Ball ein. Vielleicht ist das ja irgendwas, äh, Spannendes oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwas Gutes jetzt. Nicht wirklich. Müsste doch, eigentlich ist er doch Psycho, oder nicht? Ich muss jetzt selbst erstmal gucken. Ist doch Psycho-Wasser, bin ich der Meinung. Okay, war einfach nur normal. Normal, effektiv. San-Kabu. Ja, setzt San-Kabu ein. Von mir aus. Was ist denn das? Was ist denn für ein Scheißhaufen? Okay, wir machen einen Scheißhaufen fertig. Okay, ist das ein Stahl-Pokémon? Ich muss mal ganz kurz... Hypnose. Sowas kann es. Lässt sich von Scheißhaufen... Ich glaube, das soll Sand darstellen, oder? Hat eine Schaufel, glaube ich, im Kopf. Deswegen guckt es auch so schockiert. Irgendjemand hat versucht, ihn mit einer Schaufel zu töten. Und keiner reagiert drauf. Das ist echt fies. Ja, leider ist das... ...ein bisschen ungünstig. Geh nicht so nah an dieses Ding ran. Das ist gruselig. Ich übertrank ihn mal wieder hoch. Schlaf hört er bestimmt auch bald irgendwann auf. Hoffe ich mal. Schläft tief und fest. Ja, so wie zum Thema Schlaf hört irgendwann auf, ne? Aber gut, lass ihn Eisenabwehr einsetzen. Ist egal, mit Psychokinesium umgehen wir seine Eisenabwehr. Also ist alles gut. Natürlich, auferwacht. Da sind wir. Naja, jetzt ist es wenigstens von seinen Leiden mit einer Schaufel im Kopf erlöst, ne? Auch wenn ich nicht gut im Kämpfen bin, habe ich immer noch das Surfen. Also du kannst eigentlich gar nichts. Tap, 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 tap. So, da unten waren wir schon. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo es hier hingeht. Glühbirge. Mabula? Mabula, es ist Zeit. Mabula, es ist Zeit. Tap, 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 tap. Mabula, es ist Zeit. Viele nennen mich Angestellten, aber ich ziehe den Titel Geschäftsmann vor. Mabula, es ist Zeit. Geschäftsmann Tyler. Ich nenne ihn lieber mal Geschäftsmann, weil er wünscht sich das. Fritzeblitz. Ja, da haben wir ja genau das richtige Pokémon. Sehr schön. Es ist Zeit, Mabula. Es ist Zeit. Tschüss. Mabula ist jetzt das einzige Pokémon, was, naja, gegen Elektroattacken gut ist. Unser Elektro-Pokémon. Weil er halt Schaufler gemacht, oder kann. Mabula, es ist Zeit. Jetzt entwickle dich. Ja, muss erst Level abkommen, aber egal. Wir müssen ja, wir, ich stelle mich jetzt ganz kurz hier hin und level Mabula, ne. Also ist jetzt irgendwie hoffentlich klar. Weil, sind wir mal ganz ehrlich. Muss sein. Wisst ihr jetzt wirklich, dass es sein muss? Wir stehen vor unserer Entwicklung. Dauert ja hoffentlich nicht lange. Na, schon über die Hälfte, also. Kriegen wir doch hin. Hm, können Pokémon eigentlich auch so was wie Geschäftssinn haben? Warum denkst du da drüber nach? Ne, Magnetilo, lass mich in Ruhe. Nein, Magnetilo, ich will dich nicht anfassen. Oh, da liegt was. Das habe ich jetzt nicht gesehen, ehrlich gesagt. Das ist nur, weil ich dagegen gegaloppiert bin. Hey, Mabulas! Hi. Vielleicht liegt es am Einfluss des Kraftwerks, aber mittlerweile zieht es Elektro-Pokémon her, die man hier vorher nicht antreffen konnte. Akku. Wir müssen hier jetzt gerade einfach leveln. Wir brauchen das. Wir wissen, dass wir das brauchen. Hier Akrobatik. Okay, das macht nicht sehr viel Schaden. Ah, Kreuzschere, das, was immer wieder stärker wird? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Zwei Busse, die sich gegenseitig angreifen. Okay, Kreuzschere war schon gut. 700 gibt das. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Martin erreicht level 37. Ist mir egal. Es geht hier um anderes Pokémon gerade. Dräng dich da bitte nicht in den Vordergrund. Ein Sonnenstein. Oh, wir können ein Sonnenflora haben. Das wollte ich immer auf Gold haben. Aber ich habe nie einen Sonnenstein oder einen Sonnenkern gefunden, weil es glaube ich nur in Silber vorkam oder so. Ich weiß es nicht mehr. Okay, das möchte ich aber nicht bekämpfen, weil das gibt keine EXP. Du bist keine Entwicklung, du bist nichts wert. Nur Entwicklungs-Pokémon sind was wert. Ein Bus. Sehr schön. Den können wir nehmen. Wir dürfen uns gleich entwickeln. Wir dürfen uns gleich entwickeln. Halalalalala. Okay, Kreuzschere ist gar nicht mal schlecht. Müssen wir drinnen behalten. Nein, es ruft um Hilfe. Komm, noch eins von denen. Okay, ein Mabula erscheint. Kreuzschere ist gar nicht so gut. Zack. Gleich Level-Up. Geil. Vielleicht langt das kleine Ding da. Vielleicht langt das kleine Ding da. Ja. Ich freue mich gerade voll darüber. Als es endlich sich entwickeln darf. Es war so lange ein Bus. Es war so lange unhübsch. Äh, unschön. Unhübsch. Ja. Hihihi. Ah, geil. Ihr wisst, was das heißt. Nice, nice, nice. Es entwickelt sich. Ah, es ist soweit. Mabula entwickelt sich. Komische Geräusche.de Das sieht doch schon viel geiler aus. Donarion. Das hat doch Stil. Und ja, finde ich wirklich. Das Pokémon sieht cool aus, oder? Komm, das sieht cool aus. Registrier. Donarion. Es erzeugt mit einem Organ in seinem Bauch Elektrizität. In seinem großen Kiefer speichert es Strom für enorm starke Elektroslize. Donnerblitz. Ja klar, Donnerblitz nehmen wir auf jeden Fall mit. Donnerblitz ist die beste Elektroattacke, die es gibt. Zurück zur Attackenauswahl. So, nehmen wir Funken-Sprung dafür weg. Donnerblitz ist einfach die geilste Elektroattacke. Da gibt es nichts Besseres. Ja. Ja. Vielleicht später. Ja. Im Bericht. Irgendwas. Spezialangriff. 143. Dein Spezialangriff ist so übelst hart geworden dadurch. Das war vorher, glaube ich, bei 70 oder so. Das ist so übelst hart geworden. Nice. Oh, geil. Schön. Schön, schön, schön. Wirklich, wirklich schön. Dann gucken wir uns gleich auch mal hier beim Donner. Warte mal, kann ich das kaputt machen? Das sieht so aus. Ein Herrschersticker. Wir gehen mal rein mit unseren Tauros. Hallo. Hallo. Dich kenne ich. Hallo und guten Tag. In Aluna findet man manchmal haarfeine Stränge von zu Glas gewordenen Felsgesteinen. Zeugen der vulkanischen Aktivität in der Region. Die Haare von Dicta aber sind in Wirklichkeit Barthaare aus Metall, die es auch als Tastsensoren oder für die Kommunikation einsetzt. Hier, das für dich. Dicta? Dicta Haare? Köderball. Versuch deinen Pokédex zu vervollständigen. Nö, ich hab keinen Bock drauf. Herrscher-Sticker. Was guckt ihr? Den Dokumentarfilm über die Energiegewinnung aus Erderwärmung ist auf dem Bildschirm zu sehen. Ein Pokémon-Trainer aus einer weit entfernten Region, der dort als sogenannte Arena-Leiter arbeitet, stellt darin gerade zusammen mit seinem Partner Pokémon Nachforschungen zur Erdwärme an. Welche ist es denn? Hm. Ich rede mal ganz kurz mit allen, ne? Falls die uns irgendetwas Schönes schenken wollen. Ich will ja irgendwas geschenkt haben. Was ist denn jetzt los? Mensch, Magnetilo, wie oft denn noch? Wenn du den ganzen Strom auf einmal frisst, gibt es einen Stromausfall. Du bist Magnetilo. Also, das war halt mein Pokémon. Tut mir leid, aber ich wollte dir keinen Schrecken anjahren. Hier hat es wieder Gutmachung. Ein raffiniertes TM. Okay, mal sehen. Item-Sperre. Ist wirklich gut. Ist wirklich gut. Es wäre zwar schöner, wenn es sowas gibt wie... Ja, es gibt sowas wie Aussetzer und sowas. Aber naja, es sind halt doofe Attacken. Dann könnte man nämlich Genesung und so... Habe ich eigentlich was davon, mich mit den Pokémon anzufreunden? Wenn die da hier so... ... ...